Hallo, hier ist wieder eure Hanni. Herzlich Willkommen zum täglichen Adventskalender öffnen. Ja, heute ist schon der 14. Sind nur noch 10 Tage bis Heiligabend, ne? Ja, die Zeit drückt immer näher, ne? Ja, aber ja. So, man freut sich trotzdem drauf. Ja, ich bin heute, ihr seht, bin ich mal wieder ungeschminkt. Ihr müsst euch nämlich langsam wieder an den Anblick gewöhnen, weil ich ab 17. Ne, warte mal. Nächste Woche Mittwoch sage ich jetzt einfach mal so, ist da der 17., weiß ich jetzt nicht, ist egal, gehe ich wieder arbeiten, dann bin ich dann eh wieder ungeschminkt, dann werde ich mich wieder ungeschminkt präsentieren, weil heute, heute Abend ist nämlich noch Partyheart angesagt bei mir. Eine Freundin feiert ihren Geburtstag nach. Hoi! Ich kann euch nicht garantieren, wie ich hier morgen vor euch sitzen werde und die 15 aufmache. Kann ich jetzt wirklich nicht garantieren, ja? Also, ja. Ja, vorher wollen wir, weil hier bei uns ist Weihnachtsmarkt, da wollen wir doch mal gucken gehen, ne? Vorher noch, ja. Deswegen habe ich mich jetzt noch nicht weiter so zurecht gemacht, weil ich mag das lieber, bevor ich weggehe, mich frisch zurecht zu machen, weil sonst müsste ich denn nachher wieder alles abmachen und da oben machen. Ach, da habe ich keinen Bock drauf und das verträgt auch meine Haut nicht, dieses stets und ständige Ab- und Anschminken, auch wenn ich da gutes Öl nehme, trotzdem, ne? Das nackt mich dann auch irgendwann. So, und Nägel muss ich denn auch noch machen. Das habe ich auch nicht gemacht, weil ich nachher noch hier ein bisschen sauber machen will bei mir und, ja, da ist das dann mit aggressive Putzwittel und Nagelag, verträgt sich nicht so gut, dann sieht der wieder scheiße aus. Mal gucken, ob ich das schaffe, heute. Das ist für mich immer nicht so das Wichtigste. Na, Hauptsache, ich sehe einigermaßen so gut aus. Ja, gut. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit der 14. Ja, ist ja logisch, mit der 14 geht es weiter nicht. Wir fangen nicht an mit der 14. Hier, der wieder der Kalender, ne? Da brauche ich jetzt auch nicht mehr so viel, soll ich sagen, so spektakulär ist der nicht. Die 14 ist ein großes Türchen, aber diesmal steht nicht oben, wie viele Tage es noch sind. Aber ja, wir wissen ja, ne? Kann ja jeder selber ein bisschen rechnen. Sind dann noch 10 Tage. Wir haben mal wieder leckere, gefüllte Schokolade drin. Ich kann mir das immer nicht merken. Rot ist gefüllte Vollmischung mit Nougat-Creme-Füllung. Ich liebe Nougat, ich esse gerne Nougat. So, dann gehen wir weiter zu dem, na nun bleibe ich stehen, zu dem, ähm, bitte Adventskalender, ne? Ähm, ja, hier, es ist ein großes Kästchen. Guckt euch das mal an, die Box ist wirklich groß, ne? Ja, möchte ja auch sein. Also, bei einer 10 erwarte ich auch, bis hinterher eigentlich Abend, dass da noch mal ein bisschen was so, bam, drin ist, ne? 14. Und ihr seht, hier steht oben, Hot Chocolate-Wetter. Ja, Wetter. Also, heiße Schokolade-Wetter, muss ich sagen, bin ich nicht so, ich trinke keine heiße Schokolade so gerne. Ab und zu mal, ganz selten mal, ja. Aber der muss auch richtig schön mit Schlagsahne oben sein, ne? Das muss dann schon, ja, wenn schon, denn schon. Aber so zu Hause, ich bin lieber so ein Cappuccino-Trinker. Am Nachmittag trinke ich gerne lieber Cappuccino. Ja. So, ähm, gucken wir rein, was drin ist. Es ist groß, aber sehr leicht. Ich glaube, ich kann mir, ich glaube, ich weiß so ungefähr, ungefähr. Ja, genau. Hm, nam 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 nam. Es ist was zu essen, ne? Das ist ja bei mir genau richtig. Haben wir, ähm, Honey Roasted Nuts and Seer Salt von BeKind. Ja, es ist sowas wie ein Nussriegel, Müsli Riegel. Naja, Nussriegel. Sagen wir mal, es ist ein Nussriegel. Hm, nam 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 nam. Nam nam nam. Ja, ich mag sowas. Karamellisiert. Es sieht so karamellisiert aus, ne? Ja, steht ja, äh, mit Sees halt, mit, mit Seesalz. Also, ich denke, ich gehe von aus, es wird so einen süßen, salzigen Geschmack haben. Hm, Hm, den probiere ich aus. Ja, was zu essen ist immer richtig bei mir. Und dann war dazu drin, oh, ein 10 Euro Gutschein. Foodis.de, Genuss für dich. Ja, könnt ihr mal gucken, der war mit drin. Okay, einmalig auf einen Warenwert von 26 Euro bis zum 31.03.2020 einlösbar. Okay. Ja, veganes Trendfood und eindrucksvolle Geschenkideen. Ich kann mal gucken, aber ich glaube, das ist mehr was für meine Schwester. Weil meine Schwester, ähm, ich glaube, die legt, so richtig habe ich bei ihr dann noch nicht durchgeblickt. Sie will auch zu Weihnachten Schokolade haben, ohne Palmöl. Am besten vegane Schokolade. Und, ähm, ja, halt wahrscheinlich so auf Bio-Basis. Ja, find da mal was. Naja, dann hat die nur der Schokolade von der Bio-Abteilung aus Rossmann gekriegt. Naja, wie gesagt, ja, ne, ist nicht so einfach, da was zu finden. Ich kann mal selber reingucken bei foodis.de, da gibt es doch auch Adventskalender vielleicht für nächstes Jahr. Vielleicht haben die da auch noch Adventskalender drin. Und, äh, für nächstes Jahr gleich Adventskalender habe ich denn schon. Weil, ich würde mal gerne, ich will mal nächstes Jahr Adventskalender auch unboxen und testen, die ich vielleicht noch nicht so hatte. Kann ich ja die, ne, das ist doof, ne, dann sind das ja die Adventskalender, die dieses Jahr schon, wenn sie die noch haben sollen. Ach, ne, mach ich nicht. Weise, doofe Idee. Ach, wir gucken mal, wenn nicht, kriegt den Gutschein, kriegt meine Schwester den. Und dann soll sie halt mal gucken, ob sie damit was anfangen kann, ne. Wegschmeißen tue ich den nicht. Was sie damit macht. Boah. So. Und dann haben wir wieder dieses Heftchen dazu, ne. Hab ich ja vergessen den einen Tag, also musste ich. Ach, gucke mal. Das ist ja geil. Jetzt wollte ich weiter gucken, jetzt zu dem was sagen, was hier so drin war von gestern und heute. Hier hat man in dem, äh, Dings mit drin, ne, jetzt in dem Heft, Brigitte Box Geschenkgutscheine. Okay. Machen sie ihrer Freundin, Schwester oder Mama eine Freude, wenn sie, wenn sie sich einen Brigitte Box Abo bestellt, erhält sie oben drauf eine gratis Brigitte Box. Aha. Gratis Box für ihre Freundin. Kurt, meine Freundin, Götigkeit, 31. Dritten, ja. Okay. Ja, kann ich euch mal kurz zeigen. Ja. Cool, wa? Cool. Ja, schön. Gut, das war aber eigentlich nicht das, was ich, das ist ja jetzt so, ja. Okay. Gut. Ähm, so. Wir waren ja, eigentlich wollten wir ja weiter. Genau, da war diese Augencreme gestern drin, I&M, Naturkosmetik. Aha. Da hat man jetzt sogar noch mal 15% Rabatt, Brigitte Box Advent. Okay. Gültig bis 31.12.2020, Mindestbestellwert 25 Euro, weil mir kam das so bekannt worden. Ich dachte, Mensch, irgendwie, aber ich weiß nicht, habe ich noch nie was von gehört. Ich kann euch mal oben in der Infokarte, blende ich euch mal den Link zu I plus M ein. Das ist aus Berlin eine Firma. Ich glaube, die stellen es da auch her. Reine Naturkosmetik, vegan, ähm, ja, tierversuchsfrei, und, ähm, da habe ich mal so durchgeguckt, was sie so für Sachen haben. Das fängt, Preise ab 6,90 Euro bis 30 Euro und ich hatte mal, das ist schon ganz, ganz lange her, war das mal in einer Pinkbox drin, eine Deo-Creme von I plus M. So, was man so unter die Achsen, glaube ich, so macht. Habe ich dann auch so gemacht. Die hat lange gehalten und die war wunderbar, die war gut. Das hat mir so gefallen, ich dachte, hm, die würde ich gerne weiter haben wollen, aber ich habe dann, es irgendwie wieder, es ist in Vergessenheit geraten und habe mich da weiter nicht drum gekümmert, um mal zu gucken, wo es das gibt. Denn ist mir das gestern da wieder eingefallen, wo ich diese Deo-Creme da auf der, auf dem Shop da gesehen habe, bei I plus M. Wie gesagt, ich blende hoch den Link nochmal zu I plus M. Unten in der Infobox ein und oben in der Infokarte wird es dann auch erscheinen, wenn ich es hinkriege. Ich denke, es kriege ich hin. Und, ähm, da kann man auch ein Probentütchen bestellen für 2,50 Euro und das werde ich mal machen. Ich werde mir da so ein Probentütchen für 2,50 Euro bestellen und mal das da alles mal so ein bisschen ausprobieren und auf jeden Fall würde ich gerne diese Deo-Creme nochmal haben wollen. Ich habe dann wieder die Erinnerung zurück gehabt und dachte, oh, von der hast du so geschwärmt, obwohl ich damals dachte, was ist denn das für ein Scheiß. Aber die war wirklich gut. Aber ich habe jetzt erstmal andere Deos zum Testen, ja, hm, deswegen werde ich da erstmal bloß das Probentütchen bestellen. Also müsst ihr mal reingucken. Diese Augencreme kostet 20,90 Euro. 15 Milliliter ist wirklich. Und, ähm, ja, da sehe ich, wie gesagt, 15% Rabatt. Ich kann euch das mal zeigen. Ich lese euch jetzt hier den Text nicht vor. Oder soll ich vorlesen? Ich lese den einfach mal vor. Wenn es nicht interessiert, der kann ja vorspulen. Augenringe und Fältchen AD. Also ist es doch für Fältchen, also ist die doch für mich geeignet. Und ich sage euch, ich habe die schon ausprobiert und hochgemacht. Die ist übelst schnell eingezogen. Da habe ich dann gemerkt, deine Augen haben es gebraucht. Die Elch Protect Augencreme bietet Schutz und nährende Pflege für empfindliche und anspruchsvolle Augenpartie. Erlesenes, fair gehaltenes Bio-Arganöl, Agar, Agaröl, mit Bio-Avocadoöl pflegen die zarte Augenpartie glatt und frisch. Eine fein abgestimmte mineralische Wirkstoffkombination kann Fältchen und dunkle Schatten unter den Augen mit Sofort-Effekt verschwinden lassen. Genau, und das liest man, hat man habe ich auch schon auf ein paar Produkten gesehen, aber noch nicht auf allen. Schmetterlingsflieder, Schmetterlingsflieder ist hier drin. Schütz mit dem Anti-Blue-Light-Effekt vor Hautschäden durchs blaues Bildschirmlicht. Das habe ich auch schon auf ein paar Produkten gelesen. Das war auch auf der Altera Primer, steht es auch um, was man in der Pinkbox war. Da steht das auch um, da habe ich das auch gelesen. Gut. 15% Rabatt. Okay, also wenn die gut ist und mir die gefällt, kann ich die mir danach bestellen. Geil. Ja, ich teste die aus, gucken, ob die was bringt. Mindestbestellwert 25 Euro. Wenn ich mir die Deo-Creme nenne noch dazu, ja, das würde ja dann passen. Bis zum 31.12. Das ist haltbar. Werde ich mir merken, werde ich mir auf jeden Fall aufheben. Food is big kind Riegel. Gut. Also jeder Kalender hat dann verschiedene Riegel denn drin. Hier seht das. Da gibt es verschiedene Sorten. Ja. 40 Gramm 1,95 Euro. Hat man hier 40 Gramm? Ja. Gut. Okay. Ja. Wenn es besonders gut schmeckt. Genau. Ich lese mal nicht vor. Dann probieren Sie, ich lese nur ein bisschen was vor. Probieren Sie doch den nussigen Riegel von Bekind in köstlichen Sorten wie Karamell, Amont und Sea Salt. Marble Glazed Pecan and Sea Salt oder Honey Roasted Nut Sea Salt. Ja. Ich habe den Honey Nut Sea Salt das Beste. In diesem Türchen erhalten Sie einen Gutschein für 10 Euro Rabatt auf Ihre nächste Bestellung bei Food is. Ja cool. Na gut. Bin schon wieder drüber mit dem Video, weil ich wieder so viel gequatscht habe, Leute. Ja gestern war das Video so kurz nicht und heute wird es wieder etwas länger. Ich beeile mich bei den nächsten Sachen. So. Gut. Ja. Okay. Na. Morgen lese ich nicht voraus im Heft. Erst wieder am zweiten Tag. So. Dann gehen wir weiter zu dem Balear Adventskalender und so lüht. Ihr seht. Ding ist ganz groß. So möchte das sein. Bis zu 10 Tage. Na. Ja. Da möchte ich jetzt nochmal. Ja. Sehr schön. Ein Beauty Abend für mich. Dann ein Peeling pflegt die Haut zart und schön. Ja. Ja. Da steht da so oben. Na. Och. Ich liebe diese Sprüche die hier so oben sind. Da haben wir drinnen genau. Nämlich ein Duschpeeling mit Ingwer und Hibiskusduft. Ach. Da haben wir es wieder. Ingwer. Ja. bin ich jetzt nicht. Aber vielleicht in Kombination mit etwas anderem riecht es wahrscheinlich gut. Das Duschpeeling sorgt für ein hautstimulierendes und pflegendes Duscherlebnis für ein samtweiches Hautgefühl. Die Pühlenkörnchen entfernen sanft abgestaune Hautschüppchen. Die Mikrozirkulation der Haut wird angeregt. Die Pflegeformel bewahrt die natürliche Wohlfühlbilanz der Haut. hat auch wieder einen zarten Duft. Oh das sieht aber komisch aus. So könnt ihr das sehen. So sieht das aus. Sieht so ein bisschen wie das aussieht. Das sieht so ein bisschen aus wie wie Eider wenn man so ein Pickel ausquetscht. So sieht das aus. Oh Gott ich hör auf. Ja äh nein das ist kein Eider vom Pickel. So äh ja gut dann gehen wir Oh Mann ey ich hab noch nicht mal was getrunken. Alkohol das kommt heute ach und erst. Ja ähm dann gehen wir jetzt weiter zu dem meinem Problem. Ne? Mein Sorgenkind. Es ist Oliver mein Sorgenkind. Ja. Okay. Mein Sorgenkind mein Großes. Die 14 ihr seht die ist auch wieder relativ groß. Ganz groß geschrieben. Also die Zahlen kann man hier wirklich nicht lange braucht man nicht lange suchen. Das ist alles richtig schön groß geschrieben für die ganz Blinden. Okay. Ja. Das ist nochmal okay. Es Oliver vorher Luxury Schauergel Gel Dusche. So ne? Dann nochmal sehen. Ein frauliches zartes Rosa. Ich gucke jetzt nochmal wie gesagt ich bin jetzt hab da so meine schlechte nach dass das doppelt drin ist. Ich glaube das war noch schon mal drin oder? Muss man meine was habe ich denn hier drin? Ach ne hier ist alles von Brigitte Box drin. Ja ich muss nicht langsam kein Durchblick mehr. Ähm jetzt gucke jetzt gucke das gibt's doch nicht Leute nein 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 es ist schon wieder doppelt Luxury Schauergel Gel Dusche das war schon mal drin ey die sind doch nicht ganz dicht Leute muss ich jetzt mal so sagen nee sorry da werde ich jetzt ein bisschen unverschämt nee also kann man davon nicht ein Gel Duschgel rein machen und eine Body Lotion Leute war schon mal drin ja die riecht gut aber ich brauche das doch nicht doppelt und dreifach Duschgel rein Body Lotion rein Parfüm davon rein immer abwechselnd das kann doch nicht so schwer sein das kann doch echt nicht so schwer sein nee Alter oh man also doppelt und dreifach brauche ich das denn auch nicht okay wenn es besonders gut riecht vielleicht packe ich das vielleicht mache ich irgendwann mal eine Verlosung und das was doppelt drin war das kriegt ihr irgendwann mal vielleicht ich muss mich genauer befassen wie das denn so mit Verlosung so läuft muss ich noch mal genauer mich damit bisschen aber erst mal noch nicht wirklich also es ist nee 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 oh okay ich lasse mich davon heute nicht unterkriegen es war wirklich wieder eine schiete schatte von dem kalender es ist doch nicht die ernst also gut ich beende jetzt mal die ganze Sache hier oh man echt also wirklich immer mehr so gut ich sage jetzt mal tschüss kommt gut in den adventssonntag rein morgen ist der dritte advent kerze anmachen nicht vergessen die dritte kerze kerze ja ich zeige jetzt einfach mal abo kanal wird irgendwo auf ploppen zum abonnieren da könnt ihr mich mein abo kanal na klar mein kanal zum abonnieren könnt ihr mich gerne abonnieren wer es noch nicht getan hat dann kommt hier die playlist von meiner adventskalender invasion und hier ist dann wieder das aktuellste video eigentlich wollte ich das mal ändern ich wollte mal unten den kanal einblenden ist egal das mache ich ein andermal mein abo kann also mein kanal zum abo einblenden und hier kommt dann wieder das aktuellste upload video ich denke mal die zwölf von gestern wird es natürlich wieder sein so ja ich freue mich dass ihr wieder fleißig zugeschaut habt oder es noch werdet es schärfen ja auch nicht immer jetzt vor weihnachten ist immer so ein bisschen stress guckt euch das später an es ist ja auch egal also ich sage jetzt mal tschüss es war mir ein fest wieder mal eure hanni